Heute ist der 28. April 2020. Immer wieder ein Fall, der kaum zu glauben ist. Also erstens, warum ist eine 65-Jährige pauschale Senioren? Ihr lest das ja selber. Eine 65-Jährige, da gehe ich mal davon aus, dass die nicht völlig verkalkt ist. Ich meine, man kann ja zum Beispiel auch mit 65 natürlich schon irgendwelche Krankheiten haben und so im Kopf dann nicht mehr normal sein. Die ist auf jeden Fall im Kopf nicht normal. Weil da ruft ein angeblicher, steht denn das, Neffe an? Ja, oder behauptet ein Enkel gewesen zu sein. Ja, hier steht es dann Neffe. Und meint halt, der hat einen Unfall gehabt und brauche halt, um den Unfallgebner das zu geben und sich ein neues Auto zu kaufen, 130.000 Euro. 130.000 Euro. Ich meine, checkt ihn nicht. Erstens müsst ihr wieder fragen, welcher Neffe ist da? Zweitens ist das nicht absolut notwendig, sofort ein neues Auto zu benötigen. Zweitens ist es auch nicht notwendig, sofort dem Unfallgegner Geld zu geben. Und doch dann vor allen Dingen nicht in der Höhe. Was ist denn da los? Ich meine, ich wäre froh, wenn ich 65 bin und so viel Geld überhaupt hätte. Oft liest man ja fast von Beträgen von 1.000 bis 20.000 Euro. Viele Rente haben halt was auf der hohen Kante. Zum Glück, weil an der Rente kann es an sich, liegt es bestimmt nicht. Die ist ja oft ziemlich niedrig. So, und die lässt sich mit diesem angeblichen Neffen, mit dem Betrüger, darauf ein, dass irgendein Mittelsmann kommt, so ist es ja üblich bei dem Enkeltrickbetrug, und 130.000 Euro dem Typen übergibt. Was hier leider nicht steht, ist, ob die das Geld bei sich in der Wohnung hatte oder ob sie es abgehoben hat, weil Bankenmitarbeiter, so dumm ja die meisten sind, sind ja darauf angewiesen, schon seit Jahren, wenn gerade ältere Leute höhere Beträge abheben, dass sie dann nachfragen, für was das ist und gegebenenfalls sogar die Auszahlung verweigern. Ich muss dazu sagen, also 130.000 Euro kriegst du auch nicht einfach so bei der Bank. Selbst dann, wenn die genau wissen, es ist für dich gedacht und nicht für Betrüger. Normalerweise musst du das ein paar Tage vorher anmelden und musst du dann so eine Woche bis zehn Tage warten. Weil, so fährt vielleicht eine Bank vorrätig, aber es sind ja noch andere Kunden da. Was stimmt mit dieser Frau nicht? Also ich habe da kein Mitleid. Ich meine, wie einfach strukturiert muss denn die Frau sein? Diese 65-Jährige. 130.000 Euro. Jetzt wirklich eigentlich total egal, ob es von der Bank ist oder ob sie es zu Hause hatte. Sie übergibt einen wildfremden Typen 130.000 Euro, weil sie da die Geschichte von einem anderen Spasten glaubt. Ich kann nicht glauben, wie dumm er ist. Wie dumm man sein kann. Ich kann nicht glauben, wie oft ich mich ja versprochen habe in dem Video. So, wenn man jetzt Enkel ist, ihr habt ja alle wahrscheinlich Oma und Opa. Und wenn man mit ihnen redet, und die waren noch nicht solchen Betrügern aufgesessen und sagt, hier, passt auf und so. Und dann, hm, ja, ja, ach, da passiert schon nichts. Ja, aber Hauptsache bloß einen Enkel nicht ernst nehmen. Ich bin ja 65 bis 95 Jahre alt. Auch was mir mein Enkel erzählt, den nehme ich gar nicht ernst. Angeblich lieben Oma und Opa ihre Söhne und Enkel, aber Respekt haben sie keinem, weil sonst würden sie ja ernst nehmen. Oh ja, mich nimmt keiner aus. Ja, und jetzt? Wie dumm kann man eigentlich essen? Ich verstehe einfach nicht, wie man so dumm sein kann. Und Leute, kommt mir doch nicht mit naiv. Das ist Dummheit. Grenzenlose Dummheit. Das hat mit Naivität überhaupt nichts zu tun. Wo ist denn für euch die Grenze? Wo hört denn Naivität auf? Und wo fängt denn Dummheit an? Ja, die Dummheit schon längst angefangen. Als wenn wir da Mitleid haben. Was anderes ist ja, wenn sie geistig wirklich, das sehe ich, wenn sie ein IQ unter 100 hat, unter 90. Ansonsten kann ich es null nachvollziehen, wirklich.